Es ist mir eine große Freude, Sie alle an diesem für die ganze Welt denkwürdigen Abend hier begrüßen zu dürfen. Dieser Abend steht ganz im Zeichen meiner neuronalen Forschung und deren fortschrittlichen Ergebnissen. Es ist mir gelungen, alle Phobien und Psychosen dieser Welt zu heilen. Camuso-Prophen-Extra-Typ-Lenar-62 von Frau Dr. Zadek und mir. Eigentlich vollständig und allein von Frau Dr. Zadek gekriegt. Oh, was schickt Ihnen denn böse Blicke? Dr. Brandstetter, geben Sie dem Patienten Ihre Medikamente. Und so kommt es hin und wieder zu Fehlern im System. Sind Sie denn wahnsinnig, Dr. Brandstetter? Ja, es muss wohl ein Versehen gewesen sein. Du glaubst es nicht eher. Stuhl! Stuhl! Sein Börse! Stuhl! Sein Spion! Noch bin ich nicht wahnsinnig. Transformation! Das ist gut. Danke. Wie haben Sie das eigentlich im Telefon gemacht? Sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Hilfst uns, unser psychotischer Patient. Zabang-Zaun! Die Nerven liegen blank. Die Leute im Animarsalus sind am Rande ihrer seelischen Belastbarkeit. Ich bin der Auffassung, dass von man Genies Dosis erhöht wird. What if for what if? Ich kann gleich Verbindung aufbauen, wenn die seien gefangen. Ich bin Krankenschwester und keine Tierpflegerin. Frau Katzen. Gefahr! Hallo! Kann da vielleicht mal jemand so eine Jacke geben? Hallo! Kann da vielleicht mal jemand so eine Jacke geben?